So, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Trials Fusion Multiplayer. Zweiter Versuch für diese Folge, dank Nisa. Was für ein Pferd haben wir denn hier eingeladen, ey? Wir stehen hier gerade auf Weide. Ja, wir machen heute den Roach Cup mit Vollgas, also praktisch den Roach Cup 2.0. Acht Strecken, jede fahren wir zweimal mit dabei. Hendrik, Nisa, Dennis, Nils und Sebastian. Wir spielen mit Vollgas, fährt jeder von uns und wir machen die FNF-Tricks, bringen 100% und jeder von uns kann abspringen. Ja, mehr würde ich gar nicht sagen. Jetzt hoffe ich, dass... Hättest du da als Abspritzen gesagt, ne? Jeder von uns kann abspringen. So, jetzt kann ich nur die Roach auswählen. Alles super hier, ey. Was war das denn da im Hintergrund, ey? Fritzkissen, ey. Nils Mutter. Na, na, das war Hendrik. Nein? Ich war das manuell. So. Ihr braucht nicht Gas geben, Leute, ne? Das macht's automatisch. Ja, das merken wir. Ach stimmt, da war ja was. Holy moly. Irgendjemand macht da permanent Wheelies. Ja, ich bin das. Und wieder, also, pfft. Und wieder, auch, schossen Feuer. Jo, geil. Allein schon ein Wheelie reicht als FNF-Tricks hier. Ja, ja, das ist das Geile, ne? Deswegen kriegt man den ganzen so einen Boost. Oh! Allein schon so ein Wippen nach vorne reicht aus. Ja, weil's ein Endo ist. Lad doch. Ja, wohl, die Strecke hat doch noch geladen, gerade. Alter. Mir ist das Problem, dass ich meistens die FNF-Tricks, den FNF-FMX-Boost erst bekomme in der Luft. Dann ist das voll scheiße. Ja, ich krieg den. Jesus, kriegst du es auch in der Luft. Das ist richtig kacke. Scheiße, scheiße. Wow. Oh! Oh! Yo! Oh! Ah, nee, ist so arsch! Sau, ey! Da hinten das Duell der zwei Arbeitskollegen. Wer wird es für sich entscheiden? Ja, ist entschieden. Der Mann, der den Dreck selber erledigt, ist erster. Also vorhin. Der Mann, der den Dreck macht, kommt als letzter ins Ziel. Er kommt gar nicht ins Ziel. Es gibt gar keine Punkte. Obwohl du im Ziel warst, aber zu spät. Zu spät, das hörst du oft nie sagen. Ja. Ach, gib Schütergase. Alter. Na, Tim, alles klar? Ja, alles super. Oh, das war nicht so gut. Alter, wer hat sich denn da abgepackt, Alter? Alter, so ein Boost beim Springen bekommt und dadurch dann doch rüber geschafft. Wir müssen dasselbe eigentlich auch mal mit dem Fahrrad machen. Genau denselben Kapitel. Ey, Junge, Vollgas mit dem Rad. Alter. Vollgas mit dem Rad und dann auch die FMF-Tricks dabei. Ja, du kannst dich ja eh noch drehen. Stimmt, aber das... Alter, wer fliegt denn da gerade... Alter, wie Nils, Nils war das, ne? Alter. Ganz genau vom Stein voll abgepackt, ey. Ja, stimmt. Alter! Junge, what the fuck? Krass, Nilsa ist vor Nils. What the fuck? Ich konnte da nicht hoch. Junge, ich konnte da nicht hoch. Und Dennis hängt fest. Dennis, das ist für dich eher schon so, ne? Aber das ist geil. Lass uns eine echte zweite komplette Serie machen mit all unseren Cups, die wir gemacht haben. Und die heißen dann alle anstatt 2.0 mit Vollgas. Weil wir machen ja praktisch Vollgas. Das ist ja immer Voll... Mit Vollgas. Ja, mit Vollgas. Oh, Schneeblind wird eine harte Strecke. Ey, Junge. Oh ja, scheiße. Es hat sich ja... Ich habe ja auf... Hier... Facebook und so rumgefragt, auch wenn ich irgendjemand mal mitspielen möchte. Ich würde ja auch gerne mal mit... Das mit anderen Leuten spielen. Aber es hat sich bisher keiner gemeldet. Doch, einer hat sich gemeldet. Ja, der Chris D.K. Aber der hat es noch nicht. Ich würde gerne mitspielen, aber ich habe das Spiel nicht. Tolle Aussage. Schöne Grüße an dich. Ich wollte ja nur Möche fragen. Ja, gute Idee. Ist mir auch eingefallen. Du kannst ja den Ümit oder so fragen. Der spielt das doch gerne, oder? Alter, ey. Ich weiß nicht, ob der das hat. Ich weiß nur, der hat es... 10 Euro. MMUGA. Aber ich begegne dir auch kaum noch. Der spielt fast nur noch irgendwie CSGO. Ja, generell. Der Ümit ist auch so ein Typ. Dem willst du auch nicht so gerne begegnen, privat. Der ist so wie Nisa. Aber noch kein Fall. Ich will nie... Ich will nie Sau mal Real abschreffen, ey. Ja, echt? Ja. Da habe ich voll Bock. Alter! Ja, wenn man ihn dann mal trifft. Erste nicht. Und Erster! Ha, ha, ha! Alter, ich bin voll in den Vorsprung geflogen, Alter. Wird der mir schaffen? Was weiter? Oh, Henrik, ohne Springen war ein Ziel. Wahnsinn. Ja. Dass wir das noch erleben dürfen, ne? Ich mache mal direkt ein Foto mit ihm. Erster Tag ohne Sprung. Hashtag Selfie. Hashtag No Need. Guck mal, Nisa, 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 Nisa kommt da nicht hoch. Boah. Jetzt fällt er wunschlich an. Sag mal, Nisas Namen ganz oft. Das verwirrt einen. Nisa, Nisa, Nisa. Du hast es gerade gesagt, Nisa, Nisa, Nisa. Ja. Der ist ja irgendwie so ein Asiate, oder? Nisa. Nisa ist doch ein Asiate, haben wir das nie gesagt? Ne. Nisa hört sich nicht an wie ein Asiate. Wie hört er sich denn sonst an? Der hört sich nicht so, Richtung so Arabische und so. Ja, klar. Wenn der flucht, hörst du dann irgendwie was Arabisches? Vielleicht wird man so ein bisschen so, weiß ich nicht, was man da hört. Boah, ich hasse die Stelle. Verdammt. Nisa ist Nisa, hat man letztes gesagt. Nisa ist Vollzeit-Thailänder. Vollzeit-Thailänder, ey. Einmal hinter der Schaue, bitte. Halt aber eine Sprung, ey. Nein, ist hier nichts gegen Asiaten. Alter, Junge. Oh, Rückwärtssalto mit Aua. Rückwärtssalto mit Aua. Wow. So, einfach ins Ziel, ja? Das war ja die Aufgabe. Ja, wo sind wir das zählen? Ja, wo sind wir das zählen? So, wir schalten jetzt mal direkt auf Nisa. Hennig ist sicher im Ziel. Noch schnell Nudeln ausliefern. Ja, hier bitte. Einmal Menü 40 mit extra Süßauer. Wie bei New Kids, Alter. Einmal Menü 43, viermal mit extra Süßauer. Das macht dann 43 Euro, bitte. Ich hab gar kein Geld, du Schwuchtel. Oh, jetzt hier. Demechanisiert mit Vollgas ist, glaub ich... Ist geil. Ist geil, ja. Hashtag YOLO. Boah, ich kannte auch mal einen, der hat die ganze Zeit über jedem Satz oder vor jedem Wort Hashtag gesagt. Das ging so auf den Sack. Ja, hast du schon auf erzählt. Ja, ich kenn so einen, der zählt dauernd von Leuten zum fünften Mal schon. Der nennt sich den Helberger. Oh, ey, nein! Oh, das ist mies! Das ist mies! Was denn? Achso, dass wir da hoch fährt, ne? Ja! Easy going! Ja, ist echt mies, ey. NP, Alter! Einfach durch. Und hoch. Jawohl. Yes! Whee! Lisa, wieso machst du nicht im Ziel, Lisa? Was denn da los? Lisa! Lisa wird letzter! Wie das denn? Das geht doch gar nicht. Lisa war eben neben mir. Ich dachte, ich werde durch. Ja, das sah auch eigentlich so aus, weil du lagst ja so hinten in der Ecke, aber irgendwie anscheinend warst du doch nicht durch. Der dritte gewesen ist, der zweiter gewesen. Ja, zweiter, ja. Du warst neben mir. Scheiße. Mann, ey, das ist so mies in der Stelle, ey. Ja, das ist so mies in der Stelle, ey. Jetzt aber. Cool, komm, komm, komm. Nein. Sauber. Was? Das war eine Fahrt, die war... Ja, gut, dass wir die auf dem Video haben, denke ich mir. Wenn du dich selber hochgehalten kannst, ne? Oh, da war ich so gut, ey. Ja, guck ich mir abends noch schlafen gehen immer an, ey. Alter, jetzt geht er hoch. Aber das letzte, was ich immer sehe, ist ein Foto vom Nieser. Nein, er ist gar nicht letzter. Wenn er mir grad wieder Reis liefert. Hallo. Oh, heute kein Trinkgeld. Ich hab mich schlafen gelegt auf der Strecke. Aber in letzter Zeit kommt der Nieser nicht mehr hoch zu mir gelaufen, sondern er lässt aber den Hendrik hochlaufen. Seinen kleinen Obburschen. Oh, die Froststadt ist für alle da. Frozen City. Oh, nein, ey, ist das mies. Da unten, die Omequiz, einfach ein Mist. Alter! Odi Modi. Sicher, ich lege den ersten Platz mit dem Sprung und hast ja nochmal einen Fehler. Alter, schön ins Ziel gesprungen. Mach doch mal das Abspringen. Ja. So, was für ein Lappen. Ist so. Du bist nicht mein Lappen, du bist ein Tempo, Alter. Der hat total, ey. Ja, mein Gott. Okay, wir machen das so, wir müssen dann in den nächsten... In den nächsten Folgen nehmen wir Nieser einfach raus. Dann können wir das Abspringen anlassen. Nein, ich kann ihn verstehen. Ich nutze es ja auch nicht so oft wie andere hier. Ja, wenn es an ist, muss dir klar sein, dass es benutzt wird. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir machen das bitte aus. Ja. Ja. Ja, wieder, das ist halt so eine Sache. Ich habe es jetzt auch gerade gesehen. Der Nils ist davon ja schon so... ständiger Benutzer, ja? Ich bin auch gerade an Nieser vorbeigesprungen, weil ich keinen Bock hatte, da rüber zu fliegen. Wir suchen doch Arcarian hier gerade. Diese Schreine immer, Alter. Ja, aber ich bin auch mal dafür, dass wir das ausmachen. Oh, Apples and the Rainbows. Nieser, du hast jetzt auch einen Fanboy bekommen. Mich nämlich. Kriege ich dafür, dass nächstes Mal Hühnchen ist sauer umsonst? Nieser, was ist eigentlich in Tunesien so, die Nationalspeise? Das weiß er doch nicht als Thailänder. Was ist das? Die Nationalspeise von Tunesien... Couscous. Couscous? Ah. Ja, jetzt kommt er wieder mit seinen Schmulitäten hier. Hätte ich nicht gedacht. Couscous. Hätte ich nicht gedacht. Couscous, ich glaube, das ist ja marokkanisch. Das haben wir alle gedacht. Wir wurden alle getäuscht. Das habe ich immer so gehört. Ja, weil du gehört hast, Nils. Das wissen wir. Alter, was für eine Fahrt, ey. Scheiße, Alter. Jawoll. Ihr könnt alle noch vor Nils reinkommen. Nicht mehr. Nils wäre eigentlich ganz knapp Dritter geworden. Aber er hat einen Fehler gemacht. Er wollte ins Ziel springen an Sebastian vorbei. Zurück lehnen. Vor. Vor, vor, vor den. Schön. Mach bitte nicht wie Simon, Tim. Mach mir mal den Simon. Ja, du kannst ja da spielen. Das ist ja was anderes. Bei wievielten Strecken sind wir? Fünfte oder Sechste? Sechste? Fünfte? Okay. Oh Mann ey, ich hätte keinen Jump machen sollen, ey. Geil, ey. Alter. Alter, ich werde Zweiter gewesen, Mann. Ich habe mich bloß überschlagen vom Ziel. Wahnsinn. Hendrik Dritter, Nils Vierter, Dennis Fünfter. Nils, du Arschloch, Alter. Und Nils? Und Nils auf seinem gebuchten sechsten Platz. Wo darf ich ihn hinführen? Platz sechs, bitte. Das lockt. Stell mal vor, so. Welchen Platz mögen sie denn? Den letzten Platz. Schwachsinn ey. Letzter. Tim, ich möchte gern zum ersten Platz. Ah. Da. Alter. Ja, über den Reifen nochmal drüber, nicht? Ja, das ist bei mir leider nicht klappt. Äh. Ui. Ja, ne, ist klar. Oh, da war ein kapitaler Fehler. Fmx eingebaut, die ich hätte nicht einbauen dürfen. Aber ich werde den Letzter wahrscheinlich. Mach Dritter, kein Fehler. Immer nicht den einzigen guten Fehler. Der Letzter? Ich war da eben noch Letzter. Komisch, ey. Na, ich bleib vierter. Nieskrieg nicht mehr. Fail. WTF? WTF? Ich bin gerade am Reifen hingeblieben, ey. Immer noch nie passiert, ey. Nein. Ach komm. Ich weiß warum Stimme. Ach, Frau Nieser. Das war mir wichtig. Fick dich. Fick dich, bitch. Fick dich. Oder mal in den Worten von K1 zu sagen. Hast du scheiß Missgeburt wirklich gedacht, dass ich dich gehen lasse, alles so stehen lasse? Auf Stolz um meine Ehre, Kacke. Aber ich hab nur gehört, dass es hier Leute gibt, die K1 hören. Also Dennis, bitte hör weniger K1. Ich sag da immer erst gar nichts zu. Ich auch nicht. Na und? Was kann ich dafür, wenn ihr alle Silbermond hört? Silbermond, ey. Was heißt du bitte gegen Silbermond? Ja, ich wusste, dass jetzt wieder die Fans kommen, ey. Was für Fans, Junge? Das ist deutsche Kultur. Ernsthaft? Heißt Hater. Ja. Immer diese Hater, ey. Echt, ey. Die deutsche Kultur. Heißt, scheiß... Second-Stream-Rapper-Hörer hier, ey. Weißt du was? Second-Stream. Meine Fresse, krieg ich gleich einen Adolf, ey. Der wächst mir gleich aus dem Bad raus, hier, ey. Das kann nicht sein, hier. Was gibt's da nicht? Was ist das für eine Stelle hier, ey? Ah, es gibt auch... Oh, Junge! Ah! Ach, scheiße, Mann. Und wieder... Nein. Ey. Ey, ich hasse die Stelle sowas von dermaßen. Genau. Ja, boah, Nils! Das war mir wichtig, ey. Hast du grad deine Eierführung? Ich weiß gar nicht, wie die Stelle nehmen soll, ey. Ich weiß nicht, wie die Stelle nehmen soll, ey. Jetzt ist er nämlich wieder gesprungen. Ich kann Nisa sowas von verstehen, ey. Denn wenn man nicht drüber kommt, dann einfach springen, ey. Weißt du, beim alten gab's dann wenigstens noch Punktabzug. Wisst ihr noch? Da gab's dann immer einen Fehlerpunkt. Ja. Den gibt's hier noch nicht mal. Das ist ja eigentlich voll le... Hier kriegst du keinen Fehlerpunkt, wenn du springst. Doch, natürlich. Ja, dann zeig mir doch mal. Spring doch mal eben und zeig, dass du mehr Fehler hast. Ich... Ich hab... Ich hab aber grad... Bin aber grad ins Ziel gefahren. Ich, 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 ich... Ich hab's teilt und das Geld... Guck doch mal bei Nils. Der hat die Hälfte der Fehler. Der hat doch so schön Fehler gemacht. Der Nils hat zehn Fehler gehabt am Anfang des Spiels, als er ins Ziel gekommen ist. Und der ist da nicht abgesprungen zu dem Zeitpunkt. Mit zehn Fehlern ist er reingekommen. Also... Ich meine aber, dass bei zwei sie benötigt, dass ich da auch keinen Abzug hab. Doch, gab's. Bis springen. Ich mich nicht dran erinnern. Du kannst dich ja eh nichts daran erinnern. Mhm. Hä? Du kannst dich doch eh an nichts erinnern immer. Ey. Der ist aber so. Ja, ist so. Ja, der hat ja vollkommen... Ja, der hat ja vollkommen... Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Du kannst dich ja nie was... Was soll das denn? Ja, ist doch so. Ich kann mich hier nicht kackifizieren. Was soll das denn hier? Ja. 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 Was ist bei dir? Bei dir? Mann, ich kann ja nicht kackifizieren. Mann, ey. Was ist denn jetzt? So ein schlechtes Gedächtnis hab ich gar nicht. Also bei Cockpack hier auf der Arbeit... Ach so Ding? Junge, auf der Arbeit, Alter. Du arbeitest mit Behinderten. Cockpack, was man in Psychiatrie macht. Das hast du gerade gesagt, Pappen, Cockpack. Cockpack heißt es. Kognitives Training. War ich gar nicht so schlecht beim Merken. Ich bin auch nicht so schlecht beim Merken. Weil das tust du immer so. Wahrscheinlich redet dir der Psychologo nur ein, damit du keine Gewissensbeste kriegst. Mein Gott, ey. Ich komme gerade gar nicht weiter, ey. Das gelabert gerade. Ja! Ich habe die Stelle geschafft ohne Sprung. Komm da nicht rüber, alle mit Vollgas. Du musst mit dem Vorderrad auftippen. Geht doch gar nicht. Hoch und dann mit dem Vorderrad kurz runterkommen. Ja, jawoll, danke Tim. Das ist doch mein Bike. Es ist voll schwer mit Vollgas, ey. Ich hole an sich immer noch ein bisschen Anlauf. Ich fahre noch ein bisschen nach hinten, dann komme ich erst rüber. Verdammt. Ich finde es schön, dass gerade gar keiner gesprungen ist und ich glaube, dass die Message von Lisa jetzt bei jedem angekommen ist. Ey, Sebastian ist Zweiter. Ach ne. Letzte Strecke. Neu Athen. Das ist halt so eine Strecke. Da muss keiner sein in den Zweiten, weil ich ins Spiel ins Ziel kommst. Da kann ich noch mal einiges tun. Die ist schwer, die Strecke. Ne, Tim? Spring. No need. Ohohoho. Er war schon so kack direkt, ey. Alter. Boah, nein. Alter, es ist mit Vollgas schwer, Alter. Holy moly. Alter. Ja. Ja, wie sollst du das denn kriegen hier bitte? Das geht doch gar nicht. Ach, ist ja auch nö. Ja. Dann. Feißmaschine, ja. Fuck, das geht mal wirklich nicht hin. Ich werde alle festhängen, Alter. Ach doch, ich habe ne Idee, wie es gehen könnte. Du musst ein Salto machen, nachdem du hochkommst. Ja, klar. Yolo. Hab ich hart geklappt? Ich bin oben. Ich bin oben. Einfach ein Salto machen beim ersten Mal, wenn du hochkommst. Tatsache. Oh. Wui. Du musst halt dafür sorgen, dass du irgendwie bremst, ja. Das geht nur durch das Salto, ne? Fuck. Alter. Ich hole dich noch. Ah, jetzt weiß ich was du meinst. Jaja. Karin und ich sind im Gleichschritt kam unterwegs. Ich komme von ganz hinten gerade ran. Das ist ja auch gut angehört, ey. Ich komme von ganz hinten gerade ran. Ich hole euch ein. Ich komme. Hallo. Oh, ich habe verkackt. Dennis. Warum hast du das? Ich habe gerade extrem wegen dir. Ich steck fest. Buck your views. Ad bin. Ziel. Ohne Sprung. So ne verfickte Scheiße hier. Also die Schreck ist schon geil voll Gas. Und auch, dass man sich so überlegen muss. Da, da musst du dann mal eben ein Salto machen, um abzubrennen. Ah, wie ist die Scheißstelle hier, ey. Jawoll. Niets einfach dann. Guck mal wo Niets ist. Anheben. Niets einfach da, wo bist du denn? Hochspringen. Du musst nicht einfach gerade nach vorne gewirkt. Du musst so einen Jump machen. Kurzen. Vor, zurück. Nein! Nein! Ich war fast drei mehr! Was vor, zurück? Du meinst du da hinten nach vorne, oder? Ja, da muss ich ja auch als das Timing fehlen. Ja, aber du bist doch nicht schlecht. Du kriegst das hin. Ja, aber das ist die schwierigste Stelle überhaupt hier bei Online, finde ich. Ne, die nicht. Ne, auf keinen Fall. Lager 88 ist schlimmer. Lager 88 ist viel schlimmer. Nein. Finde ich. Doch, ich finde es schlimmer. Mann ey! Mann ey! Mann ey! Mann ey! Boah, das kann nicht sein. Die war schon zweimal fast drüben. Geht doch, ey. Geht's jetzt hier. Alter! Der Pit Viper geht das auch noch einigermaßen mit der Roach hier, ey. Scharf, Mann. Geht das genauso. Das Schwere hier ist jetzt bloß gerade das Vollgas. Timing. Und das Timing dabei. Dennis. Wui! Ja, ich bin eben auch so ganz gut rübergekommen. Uff. Ah, da habt ihr schon 44 Fehler, ey. Alle hier an der Stelle gemacht. Ah, fuck. Oh, Mann, ich hab keinen Bock, ey. Ist jetzt zu Ende. Oh, Tim, du so. Ja, stopp, ey. Weißt du, das ist das Schöne. Mittags schickt er mir so WhatsApp-Nachrichten, dass er mich in irgendwelchen Rekorden geschlagen hat bei Trials. Aber ich weiß, abends, wenn wir live auf die Strecke gehen. Mann gegen Mann. Dann weiß ich, wer da am Ende oben steht. Das ist man gegen Mann. Da sind noch viel mehr dabei. Oh, ich hab ein Ziel! Jawoll! Oh, ich hasse das. Oh, war das geil! Mein Gott. Ja, ich hab den vierten Platz gesichert. Schön, Dennis. Alter, war das richtig knapp, Alter. Das hat Bock gemacht. Oh, ja. Mal, am nächsten Mal, wie gesagt, springen ist ausgeschaltet. Einmal. Für die Nieser. Soll es auch ausbleiben? Es bleibt... Ja, es soll auch ausbleiben, sagt er. Gut. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Und bis dahin. Tudelü! Tschüss! Sue Wsaukelfeld. Bis zum nächsten Mal wieder.